Könnten die damit wollen? Können Sie aber so nicht wollen. Zentrale Atem 113, wo sind Sie gerade? In nördliche Richtung durch Buse. Mann, echt jetzt? Sie besuchten nördliche Richtung durch Buse. Das Vortrag ist durch die Barrenkabel gebrettert. Das gibt es nicht. Ich kenne diese Verschlüsselung von meinem... ...bei Bright River Security. Du hast ein privates Sicherheitsunternehmen gehackt? Ähm, nein. Vielleicht. N-Miles 910, wie lautet Ihre aktuelle Position? Das wird nie langweilig. In nördliche Richtung durch Silver Rock. Verfolgung in westlicher Richtung durch Silver Rock. In nördliche Richtung durch den Zaun über die Tunnel. Verstanden. Zentrale, hier Atem 6 für uns ist die Verfolgung beendet. Okay. Stopp. Shit, diese Typen geben nicht auf. Ich lasse es nicht, dass die Cops springen, wann immer das Haus ruft. Ja, sie haben diese Stadt in der Hand. Aber ich bringe uns hier raus. Mann, war das einfach. Die Erde Mainz 13 übernehmen die Führung, sind daneben dran. Die Erde Mainz 13 unter Wagen ist schon. Richtig, diese Cops. Alles klar, verstanden. RG-1 590, haben Sie ein Positionsabbild? Uh, das muss wehtun. Ausdauer, auf die Dabrückung. In Ordnung. Zentrale, hier Linke 930. Können Sie mir einen Abschlemmwagen schicken? Verstanden. Insel sicherlich, dass wir den Marschlinge nicht drücken. Der Frontenthalter ist schon klar. Was soll der Blödsinn? Wir hätten 13. Unser Wagen ist schroten. Wählen die Verfolgung. Verstanden. Lincoln 1.30, haben Sie ein Positionsupdate für mich? In östliche Richtung durch Silvercanny. Meldung erhalten, Lincoln 30. Das ist wichtig. Wir sind raus Zentrale, unser Wagen ist zu viel abgetroffen. Okay, verstanden. 4 Personen hat uns abgehängt, versuchen wieder ranzukommen. Tschüss.